Ich möchte gerne mal meinen Kanal vorstellen, weil ich den auch ein paar mehr Abonnenten haben, das mit mir aufrufe. Und zum meinen Kanal geht es um Wetter. Vor allem der Schwerpunkt darauf ist Wolken im Zeitraffer-Videos. Danach geht es auch noch um Schach. Das ist im Moment eher weniger, aber ich habe einen Plan, dass ich mit Schachletzter beginnen werde. Dann geht es auch um Mario Kart Videos. Von Mario Kart Wii. Und das werde ich auch im Moment weniger, aber es kommt vielleicht noch was, ich wollte anfragen. Und Minecraft, ich spiele ja auch Minecraft. Dabei mache ich noch ein paar mehr Videos. Und ihr könnt unterstützen, dass ich mehr Abonnenten kriege und mehr Aufrufe, mehr Likes, mehr Dislikes.